Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz nach dem DEL 2 Meisterschaftsspiel zwischen dem ESV Kaufbeuren und den Heilbronner Falken. Endergebnis vor 2.501 Zuschauern 1 zu 8. Ich darf zu meiner Linken begrüßen Gäste-Coach Martin Jerenek, Herr Martin, und zu meiner Rechten ESV-Coach Marco Reiter. Martin, deine Meinung zum Spiel bitte. Dankeschön. Ja, natürlich sind wir überglücklich mit der Sieg. Das sind sehr wichtige drei Punkte in unseren Kämpfern, diese Heimeis-Vorteile in den Playdowns. Das ist der erste Punkt. Ich glaube, 8.1 war das Spiel definitiv nicht, aber ich muss sagen, in den letzten zwei Monaten haben die Jungs richtig hart gearbeitet. Heute haben sie in das System gespielt. Das ist eigentlich, was jeder Trainer wollte. Und heute war es so ein Spiel. Ich glaube, in dem ersten Dettel hat Kaufbeuren das Spiel dominiert und wir haben unseren Kopf über Wasser gehalten. Wir haben in der Abwehrzone keine größere Chance gegeben, keinen Alleingang gegeben, keine 2 gegen 1 gegeben. Und dann, ich glaube, der Knackpunkt war diese 3 gegen 5 von unserer Seite Unterzahl, dass wir haben das durchgekommen ohne Gegentor. Das war richtig der Knackpunkt in meiner Meinung. Und dann, ich glaube, Kaufbeuren hat anfangen zu viel Risiko, zu ein bisschen Frust rein. Und dann, wir haben ja eigentlich viele Counter-Chances. Und am Ende, ja, wir haben diese Ergebnisse. Aber ich habe Stolz auf meine Jungs. Unser Torhüter hat überragende Leistungen heute. Das war auch ein Schlüsselpunkt. So, ja, von alles. Ich hoffe, das ist ein gutes Zeichen für uns jetzt in dieser Ende-Phase. Dankeschön. Vielen Dank. Herr Marco, deine Meinung zu Spiegel? Vielen Dank. Martin, vielen Dank. Martin, vielen Dank für den gewinnen. Ja, ich denke, es ist der Zeit, dass wir uns vor allem alle die Spiegel und die Fans unterstützen. Und jetzt, die die Performance war so, in der letzte Homegame, in der Regulare Saison. Und ja, ich bin professionell, Ich glaube, es ist eine Art undisciplinartige Leistung in den 60 Minuten. Ja, wir spielen, wir dominierten ein paar Punkte in den Spiel, aber Ice Hockey ist ein zwei-Way-Way-Way-Way. Und heute haben wir sechs Turnover-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way. Ich glaube, es ist nicht so. Es gibt jetzt eine große Frage. Wir müssen es mit dem Team gehen. Ein Spiel ist weg in der Rökelhaar-Saison nicht. Wir müssen die Miro auf den ganzen Tag nach, nach diesem Fall in unseren Häusern und machen wir eine Laufung, hoffentlich die letzte Laufung in dieser Saison. Und dann sind wir bereit für das nächste Spiel. Vielen Dank. Marco Reiter hat sich zunächst mal bei den Zuschauern entschuldigt für diese Leistung, obwohl immer eine überragende Support-Dauer von den Zuschauern für eine Leistung, wie man sie heute geboten hat. Er fand es unprofessionell und undiszipliniert. Auch wenn man einige Minuten mal dominiert hat. Das Spiel dauert 60 Minuten. Man hat sechs Kontertore bekommen. Und das ist nicht, wer sich das vorstellt und nicht, wie man Spiele gewinnt in keiner professionellen Liga. Die große Frage ist, wie geht es weiter? Es ist nur noch ein Spiel zu spielen. Und er hofft, dass man die Lektion aus diesem Spiel gelernt hat und dann einfach sich wieder fokussieren kann auf die nächsten Aufgaben. Dann bleibt mir noch den Gästen einen guten und gesunden Nachhauseweg zu wünschen. Die Playoffs stehen für den SVK vor der Tür. Das heißt, man weiß noch nicht, wann genau das nächste Heimspiel stattfindet. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.